schon gut dann können wir gleich das war das habe ich genau gesehen hallo du bloß voll motiviert das ist sonjo hallo im bus ja aber nur chaos ich bin auf jeden fall mit schnupfine hier brauchen reis gut ist die preis der reis muss runter der reis muss runter so wir brauchen fleisch haben wir schon reis fleisch und zum brot hier drauf hier und reis hier reis da muss reis drauf auf dem fleisch ja der brot hier muss einmal fleisch auf das drauf okay hier muss dann fleisch drauf hallo aber verweigerung fleisch ja das war jetzt kein fleisch was oder so ich verweige heute die arbeit aber ich brauche nie abwaschen wir wollen ja was man ja was man hier abwaschen macht das hühnchen dann drauf und dann weg damit gleich sehr wohl ich bin die hühner frau ich brauche reis du brauchst reis ich fand sachen du schon jörg kaputt gemacht habe ich gesehen hat er kaputt gemacht so ich brauche immer noch reis gekochten reis bitte hier ein taco hier gekochter reis im taco bitte ja habe ich doch hier stehen so da muss abgegeben sogar zweifach ich brauche fleisch das fleisch hier ist genug fertiges fleisch ich habe hier da tagus fertig drei stück sind reis und tagus fertig ich müsste nur noch gewehr das zeug abgeben schnell so reis fleisch brauchen wir fleisch haben wir alles ja alle schon hier im taco bereich aber irgendwie da warum danke ich bin verwirrt am boden wir machen sowas fleisch das und reis was ist denn hier los wieso kann ich mich nicht mehr bewegen du denkst vielleicht irgendwas disconnected weiter mit leertaste wir sind nicht weiter mit leertaste aber jetzt wieder so hier brennt reis halt ja ja nehm oder das steht auch falsch so wir haben immer noch kreppchen kreppchen das ist bestimmt immer so einfach wir haben ja zu wir haben ja zugriff zu allen sachen eigentlich immer aber irgendwie raten wir das nicht das ist eben das jetzt nochmal los reis hühnchen mehr brauchen wir nicht achso ich hab hier erstmal baden er muss sich waschen so ich hab reis ich hab reis ich hab reis auch drin reis muss gekocht werden ja mach ich auch gerade kochen so wir brauchen aber zweimal reis und einmal fleisch kannst du direkt machen auch haben wir schon dann können wir gleich das dank der war das war mit ansehen das hab ich genau gesehen gar nicht gar nicht das ist auch nochmal reis so Huhn ist fertig und fleisch ist auch fertig das heißt wir brauchen jetzt bloß noch die fertigen Dinger hier ist einer Reis und Brot ja hier ist Reis und Brot schon einmal fertig einmal ja warum geht denn der Sonja schon wieder schwimmen ey ne weis ich nicht immer Urlaub hier machen ne ist noch nicht so da ist Tacos mit Reis ich hab meinen Teller abgewaschen ja sehr gut und dich gleich mit ne waaaaaah wir haben ja immer noch Fleisch irgendwo fehlt Fleisch pack das auf den Teller ja so jetzt brauche ich Reis und Taco Reis und Taco ich hab zwei Stück hier fertig ich komm her holen ja bleib um ich geh ja das kann das ist während der Arbeitszeit nicht gestattelt ja ja tako ja nächstes mit Hühnchen das Hühnchen ist fertig da auf den Teller wieder drauf stellen in der Mitte wenn es rumkommt können wir es ja holen ja ja haha wie stürmisch das Anjo ist haha ähm 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 mein Kollege schmeißt mir ins Wasser da so so ich hab hier einmal Fleisch auf Pfanne Reis und Brot brauch ich Reis und Brot ist da da ist hier Reis und Brot ist da da was machst du jetzt los weg rein geht das nicht nein was brennt hier haha oh Gott piep so ne Pfanne brauch ich in der Mitte hab ich immer Reis beide hingestellt die Takos Dinger da so da muss Huhn rein in die Pfanne so jetzt brauchen wir Reis äh Tako und Reis ja ja genau da muss das Hühnchen drauf ja ein bisschen Punkte brauchen wir noch sonst läuft hier nichts mit Mama hier ist noch ein Teller das hängt da hin so wir brauchen Reis und Fleisch Reis und Takos oben einer fertig Fleisch einmal Fleisch bitte schnell das schaffen wir noch los 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 noch einer ja ne da 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 und das andere ist auch nochmal Fleisch weg damit dann ja nein ohne Fleisch nein 10 oder 5 5 5 5 5 4 5 h industry 5 5 HETTEN WIR HABEN KÖNNN HETTEN WIR HABEN KÖNNNN HETTEN WIR HABEN KÖNNNN HETTEN WIR HABEN KÖNNNNN Vergessen So Oh jetzt muss man Oh oh Warum ist das so komplex hier? Das wird noch komplexer Warte mal ab Keine Sorge Ja Das ist früh am Morgen Da kann ich nicht mein Gehirn drüber ansprechen Das ist früh am Morgen Ja wir sind wieder bei den Unbroten Ach die Dinger Bei den Unbroten Im Tronsal Ja Aber fresse halt zuhören Hallo Meister Wuff Besser Komm ruhig her wenn du Oh Gott sei Dank Ihr seid es Und wie vereint auf einmal aussieht So kooperativ ja das haben wir gesehen Wir werden drasend schnell stärker und stärker Aber die Unbroten sind immer noch übermächtig Duplo ist keine Fee Er ist ein Fisch Ja ich sehe es gerade Oh je Anscheinend müssen wir euch in die verfluchten Sümpfe im Süden schicken Ich weiß angeblich kehrt niemand je aus den Sümpfen zurück Aber es sind verzweifelte Zeiten Und ihr seid ja so tapfer Über die größten Helden am Erd Die man je gesehen hat Alles klar Der meint wohl nicht uns Nichts kann euch aufhalten Außer vielleicht das besessene Baguette Das Kevin den ganzen Morgen herumgejagt hat Wir werden diese Rolle aufhalten Und jetzt los Und die streicheln Keine Angst Wir halten uns gegenseitig auf Weg da Ich brauche mal rein Wir sind immer am Winken Immer am Winken? Wir halten uns schon gegenseitig auf Keine Sorge Guck mal nen Burger Oh 4 a 1 Yeah Nehm mal einfache Level Einfache Ist die Straße Oh gefährlich Mit rote Ampeln Oh 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 Ich kenne dieses Level noch genau Ich als eh meine Kurierfahrer Ich schneide das Zeug fertig Macht alles fertig Ich mach schonmal Reis rein Und das muss hier drauf Gurke damit auf den Zetter drauf Genau Habe ich Und Fisch 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 Du schmeiß dich weit genug Hier Warum schmeiß ich den Scheiß zurück? Ich mache den Schnappdrücke Erstmal nur das Ding Erstmal nur das Ding Ja bitte Weg Wir haben keine Teller 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 Oh Cocky Was? Kein Reis Wir brauchen doch nur einen So einen blöden Schrimp Achso Ach muss ich mal gucken Ja hast recht Ja du musst nur mal gucken Muss ich mal gucken Teller Du brauchst noch Jetzt habe ich keinen Teller Der wir haben weg ich habe keinen platz mehr machst du dir abwasch finden bitte gleich mal warum ist eigentlich immer alles hier bei uns warum bin ich jetzt ich bin das verkehr ja mit der laut den ich abgeben wollte so sieht aus was macht ihr eigentlich ich bin gerade nicht durch ja das ist hier drüben in dem schröder naja ich bin nach hause das habe ich jetzt klein gemacht wir müssen reißen frisch drauf ist auch falsch jetzt gibt es ab gibt es einfach bitte wir machen den scheiß auch nicht so wir brauchen einmal schritten einmal fisch wie nur sieben jahr die last ein bisschen noch schneiden schneiden machen aber ich habe es gesehen ich muss umfall melden ich will nicht mehr ich lauf weg geht nicht muss ja der ausgang was wir weg ja so jetzt können wir schon mal an hier jetzt konnte mir konnte nixieren was bist du ein schritten bitte ein einzigen schritten habe ich vielen dank der kommt dann auf teller und weg ja dann fertig bitte abgeben was auf die autos auf so nächste ist mit reiß und hier reiß dann kann man das schon mal hier drauf machen die gurke schneiden ich muss mich krank melden ich muss mich krank melden abgeben 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 und das nächste ist wieder mit diese professionelle gameplay an da hert ich habe hast du was du hat er ähm teller da hinten wir haben auch einen teller hier ja ich hole noch mehr teller macht ihr bitte nicht so voll sonst blick ich hier nicht mehr durch so wartet so hier ist schon mal reiß drauf da kann das fisch drauf hier ein teller so fisch und einmal so ein ding hier und weg damit ja habe ich mache ich fertig mache ich fertig dann habe ich hallo ich mache fertig dann mischte ich ein nein du bist das mit gurke so reiß jawohl und der gurke hier einmal drauf weg weg damit brauchen wir es überhaupt ach nur einen so ein jetzt brauchen wir einen großen teller also großes ist schon einmal das einmal die einmal reiß reiß ist fertig da rum und einmal fisch nein fisch ich wurde überfahren ich hole fisch ich hole noch den fisch hier drauf dann und dann weg dann nehmen fisch da rauf ja weg weg ja da rauf weg jetzt hat sie ich kann die ich kann die unterwegs auch lauf lauf ja so lange ist doch schon mal viel besser aus der teller kann auch weg schade nicht geschafft und den teller weg bringen 5 5 5 5 liebe zuschauer moment mache ich moment gut gespielt und hallo allen wir haben es geschafft ja ab jetzt möchte ich bitte nur noch drei sterne ab jetzt kommt der korte noch du wollen wir Sonja rauskecken der wird drei sterne ja ich möchte es luxuriös so 18 minuten 18 bei 20 18 sind wir 18 sind wir jetzt bei 35 12 oder was jetzt was jetzt anders ist ja 18 wegen nächste szene machen jetzt tschüss sagen alles klar wir machen nächste szene tschüss tschüss tschüss